Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fotorausforderung hier in Forza Horizon 5 und wenn du dich fragst, wo der Descana Dorado Sprint ist, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dann zeige ich dir das jetzt. Als erstes nehmen wir natürlich den VW Corrado von 1995 und etwas links unterhalb des Hauptfestivals, da ist der besagte Startpunkt, da porten wir uns mal hin. Und wenn wir da sind, gehen wir in den Fotomodus und schießen das Foto, nebenbei mein Auto ist zwar getunt, aber das ist völlig egal und ja, ihr müsst genau an diesem Startpunkt das Foto machen. Ja, und damit haben wir die Aufgabe auch schon abgeschlossen, ich hoffe, es hat dir geholfen, wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit bin ich erstmal raus, euch noch einen schönen Vatertag oder generell schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Tschüss!